Ich möchte dir ganz kurz den wichtigsten Punkt mitteilen, den es eigentlich beim Videomachen gibt. Video Du. Einfach bessere Videos machen. Vielleicht hast du es schon mal gehört, die 7-Kontakte-Regel. Du musst 7-mal ungefähr mit deinem Kunden in Kontakt sein, damit er so viel Vertrauen zu dir hat, damit er im Endeffekt auch bei dir kauft. Ich meine zum Beispiel, wenn du jetzt ein Videomacher bist und bietest jetzt Videos an im Bereich Image-Video, dann muss der Kunde in der Regel durchschnittlich 7-mal Kontakt zu dir haben, damit er überhaupt bei dir bereit ist zu buchen, weil er gibt in der Regel sehr, sehr viel Geld dafür aus. Das heißt, du musst ihn überzeugen. Du kannst ihn aber im Vorfeld überall abholen, zum Beispiel auf den öffentlichen Social-Media-Kanälen, auf YouTube oder sowas. Du kannst schon mal von deiner Arbeit überzeugen, was du machst, wie professionell du bist, was für eine Marke du bist und wie du dich bereits positioniert hast, was du bereits für Aufträge hast. Und du musst dem Kunden die Gelegenheit geben, dich 7-mal mindestens kennenzulernen. Die einfachste Möglichkeit ist, du bringst dem Content. Denn die meisten suchen auf Google irgendetwas nach einem Problem, nach einer Lösung. Und wenn du da schon das Problem dem Kunden lösen kannst, ein kleines Problem, und der Kunde dann aufmerksam wird, dann hast du schon mal Vertrauen gewonnen. Wenn du beim nächsten Problem lösen, sagst du immer zu, ich gebe dir gerne das Problem. Du sammelst dann Kontakte, sammelst diesen Kontakt per E-Mail, per Messenger, per, keine Ahnung was, per deiner Webseite oder sonst irgendwie, sagst, okay, ich gebe dir gerne, ich helfe dir gerne weiter, aber ich möchte gerne, gib mir einfach deine E-Mail-Adresse, wie die meisten das machen, und ich schenke dir zum Beispiel die Anleitung, wie du am besten deine Webseite strukturierst, damit deine Kunden mehr Vertrauen zu dir haben, zum Beispiel. Wäre jetzt eine Hilfemöglichkeit. Dann sagt der Kunde, okay, ja, das ist eine coole Anleitung, die will ich gerne haben. Der kann sich die runterladen, du kriegst deine E-Mail-Adresse, du kannst den automatisiert in deinen Newsletter mit einbauen und kannst ihn dann immer, also nichts verkaufen. Nicht, dass wir uns falsch verstehen, nicht gleich zuspammen mit, ey, kauf mal Zeug, kauf mal Zeug, kauf mal Zeug. Das macht, dann springt der Kunde ab. Sondern du bringst ihm mehr Informationen, noch mehr kleine Informationen. Du musst ja nicht dein ganzes Know-how gleich rausballern, sondern einfach ganz wichtige Informationen, aber die wirklich deinem Kunden weiterhelfen. Sobald er merkt, dass du ihn bescheißt, ist er weg. Ist ja logisch. Weil wenn ich merke, ey, der bescheißt mich, der will mich verarschen, dann will er mich bei meinem Auftrag ja auch verarschen. Und das will aber niemand. Du willst dir deinem Kunden hoffentlich wirklich damit helfen. Ich hoffe, ich konnte dir damit weiterhelfen und ich würde mich freuen, wenn ich nächstes Mal wieder was von dir höre, was lese. Schreib es einfach in die Kommentare. Bis dann, ciao, dein Sven Sulik.